Hallo, ich bin Heinz, wie schon gesagt, der Schlachtzeuger von Rockhaus und ich freue mich natürlich, dass Bellbrook mich gefragt hat, dass ich hier mitspielen darf, wo ich damals, wann war das? 96? Ja, wirklich. Angefangen habe, fand ich sehr geil, aber mein Herz war eben bei Rockhaus und naja, der ist es heute noch und wir haben 2009 eine Platte gemacht und da durfte ich einen Song schreiben und auch einen Text machen und dieses Lied beschreibt meine Situation in meiner Band oder auch wahrscheinlich in jeder Band, wenn ich jeden Abend auf der Bühne sitze, der heißt immer hinten. Hey Leute, hier ist die Geschichte von mir, der immer hinten sitzt und troppelt wie ein Tier. Ich geb euch den Clou, zeig euch, wo es nachgeht und manchmal zu Bier. Ich sitze hin, denn doch ihr ignoriert mich, denn ich bin nur das Trommeltier. Doch ich weiß ganz genau, ihr versteht mich, denn manchmal bin ich zu durchschauen. Ich sitze hin und sehe es genau. Ich sitze hin und weiß es genau. Ich sitze hin und sehe es euch an, wie ihr keimt habt. Wie ihr sammert, wie ihr sammert, nach all diesen Frauen. Ich hab Spaß, ja, das sieht man mir an, denn ich sitze schon wie ein Schwein. Die Band, die gibt Gas, ich werd lauter, ihr könnt's hier vorn anzustrehen. Und ich sehe in euren Augen das Hungen, die Tränen, die Bäume. Doch gleich ist der Moment schon so weit, denn die Schule ist schon wieder vorbei. Ich sitze hin und sehe es genau. Ich sitze hin und weiß es genau, dass es hier ist. Ich sitze hin und sehe es euch an, wie ihr klammert, wie ihr klammert, wie ihr sommert, nach all diesen Frauen. Ich komm von der Bühne, da seh ich die Hände mit den Gruppen, wie ihr klammert. Ich geh zur Bühne drüber, da fragen sie mich, wer bist du überhaupt? Ich bin Heinzi und sitze ganz hinten. Ich sitze hin und sehe es genau. Ich sitze hin und sehe es genau. Ich sitze hin und sehe es euch an, wie ihr klammert, wie ihr klammert, wie ihr sommert, nach all diesen Frauen.